Hallo da draußen. Erstmal möchte ich mich für meine Glatze entschuldigen und für eventuell braune Farben in meinem Hemd. Tut mir leid, rein zufällig. Ich kann nichts dafür. Und wo ich gerade bei der Farbe braun bin, möchte ich den Politikern doch mal folgenden Hinweis geben. Schaut euch mal die Blätter in der Natur an. Die werden deshalb braun, weil den Blättern, dass Sonnenlicht entzogen wird im Herbst, Enzyne gehen und Zucker verschwindet. Und da sind wir bei Zucker. Dem Volk hier in diesem Land wird mittlerweile auch nichts Süßes mehr gegeben, sondern das Volk bekommt nur noch Saures. Und gleichzeitig wird gehört, die Steuereinnahmen sind so hoch wie nie. Und trotzdem wird das Volk immer mehr zur Kasse gebeten. Und dass sich da jeder fragt, wo bleibt das Geld, wo verschwindet das, und jeder sieht, wohin das Geld verschwindet, und nichts kommt zu dem Volk zurück, dann wird dem Volk im Grunde genommen was Süßes entzogen. Und zwar das Geld, das für sie bestimmt sein sollte. Und da wundern sich die Politiker, dass das Volk immer mehr nach rechts abdriftet und irgendwann mal der Kessel platzt und sich das Volk Luft macht. Liebe Politiker, denkt einfach mal darüber nach. Gebt dem Volk mal endlich nicht nur Saures, sondern auch mal was Süßes zurück.